Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 99999. Und ja, wir bohrten uns hier frisch feucht durch die Gegend, damit wir zu Galant kommen. Ich habe keine Ahnung, ob er nicht schon dahinten steht. Da ist es wurscht, welche Kombi ich da wähle für die Portale hier. Ich komme nicht weiter. Weißt du was? Scheiß da rum drauf. Wir gehen da durch, es wird richtig gefährlich. Ja, wir gehen es jetzt an. Wir gehen es jetzt an. Dort, dort siehst du die Sternen, Martin, wo du mir sagtest, Zitanen, du seist derjenige, der mir den Tod bringe. Aber überlege, ist es denn nicht das Leben selbst, das den Tod bringt? Um zu überleben, entreißen wir anderen ihr Leben. Wahre Worte. Und selbst an unser eigen Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an. Manchmal, das passiert leider öfter, als es uns lieb ist. Der Sinn des Lebens liegt im Töten. Dieser qualvolle Schmerz nur dann überleben zu können, wenn wir ein anderes nehmen. Eine ausgereifte Zivilisation wird diesem Schmerz bald unterliegen. Die Seelen Terras schlafen, bis dieser Schmerz vergessen ist und erwachen dann in einer neuen Dimension auf einem neuen Planeten. In einer Zeit auf einer Welt, die selbst über das Leben und sogar dem Tod erhaben ist. Und wir sind es, die erhaben sind. Wir sind es, denen dieses Schicksal zuteil wurde. Wir sind die Existenz, die selbst über dem Tod oder dem Leben steht. Seht da. Ich frage dich noch einmal. Was bist du? Galant, du tust mir leid. Trotz unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Alleine, das ist schon Grund genug für mich zu leben. Wir beschützen, was uns wichtig ist, die Menschen, die uns wichtig sind. Macht, äh, Macht allein eröffnet einem eben nicht die Augen. Vielleicht sind wir niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns. Und das macht uns stark. Dann lasst mich euren starken Wind im Angesicht des Todes auf die Probe stecken. Ich werde verrecken. Haha. Moment. Ist das nicht... Wie ein Silberdrache? Oh, oh. Das könnte böse werden für uns. Ja. Und Angriff. Wir stippen jetzt. Warten Welle. Wie viel Schaden. Oh, ja. Geht's. Ist okay. Wir rufen. Wir rufen. Waren. Dann ist er wahrscheinlich hin. Ich werde sie stippen. Haha. Ja. Hm. Was? Ja. Wir rufen. Wir rufen. Wir rufen. Ich sag's nicht voran. Oh, ich fühle mich nicht schmacht. Das ist gar nicht dumm. Oh. Ja. We rufen. Zeig was du kannst. Mir ruft. Wir rufen für dich. Wir rufen. Das sind die Flamme. Das ist der Wart. Wir rufen. G�. Oh! Hihi! Echt? Draco-Panzer geklaut! Die Heilung macht den Arsch! Wir heilen... Erwecken Eiko wieder! Schockweiler, das ist auch schlecht! Wow! Wir müssen heilen! Die Eiko! Jeder ins Leben zurückholen! Sie muss mit Engel uns rausreißen! Zidane ist bald sauer! Und zwar richtig! Mit aber weiter Stimitzen probieren! Noch mal Schockweile! Nicht gut! Ja! Freili! Alter! Alter! Wie sieht denn ein Schuss aus? Nein! Keine Chance weggemäht! Geil! Frankenheben! Verfehlt! Glück gehabt! Alter Scheiter! Alter Scheiter! Alter Scheiter! Alter Scheiter! Wenn der jetzt nochmal Schockweiler macht, ist er immer tot! Wankenlieb! Auf! Zidane! Okay! Okay! Alter Scheiter! Und? Marco! Jetzt falle ich hin, oder? Fast! So! So! Engel! Jawohl! Jetzt müsste Mahakon wieder da sein! Jetzt muss ich unbedingt schauen, dass, ähm... Elixir und so ein bisschen, ne? Elixir durchbringen! Scheiß jemand an! Entschuldigung! Oh, das ist gerade echt heftig! Dornado schon wieder! Jetzt haben wir sich hin! Okay! Es ist richtig hart! Ah, nein! Dornado war schwach! Okay! Heilig! Wagon! Wow! Voll aufs Goschel gelegt! Oh! 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 Ist gerade voll arg irgendwie! Vakuumwelle! Geht! Diebstahlfehl geschlagen, war so klar! Oh! 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 O! Oh! Wenn du da bist... Oh! Oh! Oh, oh! 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 Und eigentlich krieg ich keine Punkte. Scheiße. Ich hab gedacht, er hätte noch mehr Leben. Okay. Aufgelehrt. Dunkelschweif bekommen. Ja, und ein bisschen Gild bekommen. Galant. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Was ist dein Wunsch? Welch törichte Frage. Mein einziger Wunsch ist die Wiederauferstehung Terras. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch Terras. Aber du hast dich nicht mit ihnen schlafen gelegt, sondern wartest hier alleine, dass die Zeit vergeht. Weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. In einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist, die Zeit abzuwarten, ist der Sinn meines Lebens. Ich bin die absolute Existenz. Und ich verwalte die Seelen. Oh oh, wir müssen weiterkämpfen. Ich glaube, da kann ich noch trainieren gehen. Was? Flair. Einfach mal so flair. Einfach mal so flair. Was kommt die Chakra? Wegen der Party im Weg? Jo. Ähm, wir fangen gleich mit den Klauen an. Ähm, ja. Ninja-Gewandt. 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 Boah. Ähm, wir machen weiter. Wird viel bombardiert, erteilt Wiedergeburt und Regenator. Das habe ich auch vergessen. Ähm, nachher. Je nachher B ähnelt sich die Schadensgröße. Na ja, dann versuchen wir das doch mal, oder? Ich bin wohl wahrscheinlich nicht so effektiv, kann ich mir vorstellen. Bada, bada, bada. Bada, bada, bada. Bada. Äh, stopp, hallo. So, Eiko kriegt mal Weg, genau. Lili wird sich dann hoffentlich heilen, rechtzeitig. Nix war, ne? Schutz. Hm. War klar, beim Boss hat sowas nicht hin. Springer-Stiefel-Stiefel. Oha. Regenator. Flair auf. Margot. Okay. Darf ich jetzt hin? Guck. Guck. Halt sich nebenbei. Guck. Guck. Wir können rufen, denn die Fahrer mit normalen Wirt sind. Wir greifen die da nochmal an. Wir schnitzen wieder. Und dann ist wieder Heilung dran. So, heilen. Mit Vita. Wah. Verdrückt. Ups. Willenskrat. Okay. Ach so. Ja. Ja. Willi, du musst wieder heilen. Den guten Margot. So, die habe ich statt wieder fehlgeschlagen. Das ist nicht gut. Das war auch nicht. Das war natürlich schlimm eigentlich noch, ne? Heilen. Marsch wird diebstahl fehlgeschlagen. Zitane. Reiss dich zusammen. Bitte. Was? Wir müssen langsam wechseln. Warten. Aha. Stopp. Na toll, das ist echt gestoppt. Wir brauchen das Held gegen Schein. Steig die Goldnadel, oder? Stein, Pips. Steig, Pips, Tobsuch, Pips. Tobsuch, Tobsuch, Held, AP. Gegen Stopp geht gar nichts. Wir kriegen auch keine Punkte, ne? Wir probieren es mal mit der Goldnadel. Pulswelle, ist wieder ganz super. Migra, auf Eikos selber. Schau, das klappt. Da fehlt der, hauptsächlich. Dass das aufkommt, als er wieder regeneriert, weiß ich gar nicht. Dass Stopp aufhebt. Das Stopp aufhebt. Scheint gut der Tod, ne? Blind Doxitus. Vielleicht Allheilmittel. Vielleicht Allheilmittel. Vielleicht haben wir Glück. Wenn wir Glück haben, wenn wir wiederbeleben können. Wir rufen, dann rufen wir den Baum und dich nochmal, oder? Wir rufen, dann rufen wir den Baum und dich nochmal, oder? Noch mal Billenskraft, ne? Ja nochmal. Auf Mahagon. So, wieder. Was? Mahagon wird gleich sauer sein. Joa. Nochmal, Diebstahl-Felgen, schlagen wir auf. Ah, jetzt ist die Darn sauer. Sehr gut. Mal schauen, was der Kerl noch hat. Oh, jetzt wird die Kugel hier gewarnt. Aha, als einziges Item noch. Okay. Dann werden wir etwas zu klauen, wie wir sie da haben. Schutz. Yeah. Diebstahl fehlgeschlagen. Okay. Den wir doch vielleicht schon. Jetzt ist sie sauer. Jetzt haben sie es geschafft. X-Tech. Ähm. Joa. Wollt ihr das, was bringt? Wollt ihr die Bicke? Klar. Tja. Tja. Wir schauen mal. Dann kann man die kleine Heilung draufschmeißen. Mal schauen, wie viel Leben er hat. Verfehlt. Achtung. Vielleicht ist es noch nicht so stark. Also sollte es aber noch nicht leben. Das klappt. Vielleicht geht es nicht mehr, ne? Ja. Ich würde sagen, dass so eine kleinere, also eine mittlere Heilung lebt. Lebt er noch? Liebstahl fehlt geschlagen. Äh, das zieht auch nicht. Noch mal versuchen. Ich stebe halt weg. Kann man jetzt machen. Eine dunkle Gewand kann man halt ansonsten nicht, dass es nicht scharf werden. Ich will echt abwarten, bis sie da ist, das stimmt jetzt nicht. Vor. Kacka. Stimmt, jetzt ist Lilly auch noch sauer. Super. Hallo. 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 Ich schmerzt die Verlaufen. Egal, aber das ist doch nicht ein paar dunkle Gewand zu haben. Egal, das ist die weiße, die weiße, die weiße, die weiße, die weiße, die weiße, die weiße. Oh, das ist eine Form. Das ist ja, ne? Das ist ein Körbchen. Oh. Oh, das könnte ich nicht mehr da. Das ist noch ein Schicksal. Es gibt's ja nicht. Mach mal, mach mal. Zitane. Klau ihm das. Ja, ja. Ähm. Bitte? Ich halte das. Stopp. Werde wir. Aber ich klappe das. One, eight. Ja. Ja. Achia. Achia. Ah, hier. Er kriegt's nicht hin. Vielleicht sollten wir mal eine Beste wieder einsetzen. Ich schaue ihn wieder gleich ab, aber... ...was soll ich machen? Ah? Kaboow! Ah? Oh, eh. Hm? Dann nehmen wir das nächstes. Vielleicht... ...2 Meter. Aber vielleicht. Tsunami! Was? Nein, jetzt ist er hin. Puh, scheiße. Naja. Gar nicht mal schlecht. Gib auf, Galant. Was? Wah. Was ist denn jetzt los? Oh! Na, wen haben wir denn da? Ah. Aha. Das soll ich nicht lachen? Die Kraft, die die Seele-Invinciabers kontrolliert. Und die Kraft der vielen Seelen, die ihr Gefangenen seid! Was wäre, wenn ich damit versucht hätte, Galant zu trotzen? Da der werte Herr Galant ja noch immer von seinen geliebten Genomen besessen ist Auch die Invincible habe ich mir einfach genommen Was nun, Herr Galant? Welch eine Schmach, von seinem eigenen Fleisch und Blut sozusagen bedroht zu werden Kein Zufall, oh nein, das ist Schicksal Dieser Planet hat mich als seinen neuen Herrscher auserkoren Ich werde mich so gleich hinzugesellen, um das Finale einzuleuten Oh oh So sehr ich auch wollte, ich kann einfach nicht aufhören, euch zu lieben Schließlich habt ihr für mich das Siegel zu Terra aufgehoben Und zudem noch Galant aus dem Weg geräumt Zitane Du bist wirklich ein äußerst gut erzogener und liebenswürdiger Genom Fürwahr Weshalb bist du gekommen, Kuja? Aber, 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 Bruderherz Was ist denn das für eine abweisende und kalte Begrüßung? Sei still und nenn mich ja nicht nochmal deinem Bruder Oh, wie angsteinflößend Habt ihr seine Worte vernommen? Ich glaube, er will sich den heiligen Gesetzen Terras nicht unterwerfen Was hast du vor, Kuja? Vorhaben? Aber wer wird denn gleich an etwas Böses denken Wo ich mich doch extra herab bemüht habe Um für Terra dieses Ungeziffer zu beseitigen Kommt, meine geliebten Narren Ihr werdet euch hier und heute zu den schlafenden Seelen Terras legen Und zwar bis in alle Ewigkeiten Oh, scheiße Das ist, äh, ja Den auch noch Seht ihr? Gut, dass wir trainiert haben So, fangen wir dann gleich mal an Gravitas verliert Wir gehen back Wir gehen back Wir spitzen Und wir machen Chakra auf den Und Baros kommt mit Animation Aber wir gehen tatsächlich Waha, Wut hat gerüstet, den Kuya, oh ja, wahahahaha! Terra Homing! Yeah, Mogu, du schaffst das! Wie ihr wünscht, Meisterin Eigen. Ach, jetzt wird doch nicht so geschwollen. Okay, ist schon gut. So, wir machen wieder Heilung. Auf wen? Auf was? Margon? Das ist ein bisschen zu schade, eigentlich, die große rauszuhauen. Blitzgarten! Weitere Stibitze. Magie. Jetzt wird sich eine mittlere. Jetzt wird eine mittlere Basel eingreifen. Schaka! Mita! Ha! Ähm... Ich werde weitermachen mit Mana auffrischen wieder bei der Lili. Steck jetzt da. Lili klickt jetzt wieder ab. Juii. Auch die liebe Aiko wegen ihren Martin rufen. Mega-Flare! Oh ja! Ähm, ja. Karabin... Was? Karabinien? Was? Karabiner? Karabiner, oder? Karabiner? Karabiner? Was? Das war zu schnell, ich hab's nicht gelesen, was das jetzt war. Irgendwas mit Kalbubo. Verstehst? Ähm, Raucherheilung? Da war ich nicht mehr. Das heißt, die können nach wie vor Bestia beschwören. Von früher ist das schon wieder. Es wird jetzt Überlänge gehen. Defi-G zu, hier werden wir für sieben. Juh-ja. Ja. Und ähm, wenn wir Glück haben, werden wir alles für hübschen Bitsen. Wenn wir Glück haben. Wenn nicht, dann... Ja, einfach und logisch. Gibt's dann fehlgeschlagen, ist so klar, hier. Äh... Wir werden keine Heilung rein. Oh ja, macht nicht so viel Damage wie ich gedacht. Schicka. Ja. Schicka. Schick... Boah ey, das ist ein Liebstahl, ne? Wir heilen einen guten Zitanen, der wieder klautut. Jetzt versucht es zu klauen. Und auch die liebe Aiko. Ich denke, wir gehen jetzt nicht mehr. Ich denke, wir gehen jetzt nicht mehr heilen, weil eins jetzt tut. So. Oh, das können wir jetzt daneben gehen, ne? Das kriege ich jetzt eher ab, oder? Ah, na, das klappt. Ich muss hier aufpassen. Ich dachte, es ist ja nicht mehr heilen. Ja. Ah. How to stay right? Warum nicht? So. Nein, sorry. Ich gehe jetzt mal mit. Oder ich habe ein paar Sekunden. Ja, ich habe. Ich habe hier eine kleine Sphäre. Ich habe hier einen anderen Karten. Ich habe hier einen Karten. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Nein, ich werde mal die Schüter nehmen. Wow! Oh. Okay. That's what you're shooting. That's what I'm talking about. Um. Yeah. So. Oh. Okay. 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 Wurde auch gut, dass Musilite geboren werden. Andere wird es klappt. Jo, freilich. Okay, jetzt geht's bergab. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Eiko wieder fit kriegen. Diebstahl fehlgeschlagen. Wieder einmal. Wir rufen den Phönix. Das müssen wir kappen. Das müsste normalerweise schon ein bisschen gelegentlich sein. Mit ein paar Lebenskünchen. Jawoll. Freilich wird es Eiko. Ja. Ja. Das dritte Chakra kam zu spät. So. So. Jetzt müssen wir schauen, dass er wegdreht. Ja. Der Part hat schon wahnsinnig überlegen. Das mit dem Diebstahl wird nichts mehr, glaube ich. Das mit dem Diebstahl wird nichts mehr, glaube ich. Jungen. Genau, wenn sie jetzt wieder einigermaßen fit sind, müssen wir eine Kuja besiegen. Geht gar nicht anders. Weiter Part hat schon wahnsinnig überlegen. Mann, dieser kackt Diebstahl. Markiau und die Zitane reißen sie zusammen. Du schaffst das nicht, schaffst du das nicht, du kannst das. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht mehr verbrauchen. Wird er verdeckt, oder er lebt alle noch. Zitane wäre echt schön. Es wäre echt schön, wenn wir es noch nicht schaffen, das durchzuwickeln. Ich werde hier sehr verbunden. Das schaut so krass aus mit dem Feuer. Wieder fehlgeschlagen. Der Feuer hält ganz schön viel aus. Auf alle Fälle heilen. Jo, dann wissen wir halt eben, dass er besiegt wird, ne? Und ist es weit? Darum... ...dass du mal in die Wand. Ich bin super Quocha. Ich bin super Quocha. Ja, das ist sie. Das ist die Kraft und Macht, nach der ich so lange gesucht habe. Diese wütende Kraft der Seelen, deren Tod nicht akzeptieren können und nun aus meinem Inneren nur so heraussprüht. Was soll das heißen? Es ist die Trance. Sie dürfte euch doch auch nur allzu gut bekannt sein, oder? Nur ist es keine simple Trance. Ihr könnt nicht gewinnen. Verglichen mit meiner ist eure Lebenskraft nicht mal so stark wie die einer Juckzirve. Nachdem ich sah, welch eine Kraft selbst ein Mogri im Trance-Zustand erhält, begann ich zu überlegen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur auf die Kraft der Seelen leihen, die noch nicht bereit zum Sterben waren. Und wo holte ich mir diese Seelen? Na, logisch, von der Invincible. Euch ist das wohl eher bekannt als das blutrote Auge, das am Himmel schmiedt. Damals raubte er eher aus Mardansal und neuerdings aus dem Baum Ifas und aus Alexandria eine Unzahl von Seelen, die es in sich einschloss. Als ich beim Baum Ifas die Kontrolle über Bahamut erlangte, konnte die Invincible noch eine mächtige Seele absorbieren. Und ihr wisst auch schon, welche das war? Doch nicht etwa... Richtig, die schwarze Seele deiner Mama, meine Kleine. Eine Seele, die vom Leben geradezu besessen war. Die verfluchten Seelen empfangen dich voller Freude, als ich mit meinem Vorhabbieter die Invincible bestieg. Bevor sie für Ewigkeiten von Galant eingesperrt bleiben, ging für sie sicherlich geradezu ein Traum in Erfüllung, in dem sie zu meiner Kraft werden durften. Und so wie es aussieht, werter Herr Galant, hast du deine Arbeit für mich getan. Nochmal Dank, nochmal schönen Dank, im Namen eines aller Beteiligten. Von nun an werde ich sowohl Terra als auch Gaia beherrschen. Und sie mit meiner großzügigen Liebe beglücken. Du, du wirst an deiner neuen erlangten Kraft keine Freude haben. Du bist aber ein schlechter Verlierer, Galant. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Welch schmachvoller Anblick. Willst du zu guter Letzt noch irgendetwas sagen? Es ist sinnlos gut. Wow, verrecke, du Trottel. Nun wieder zu euch. Als Dank für alles, was ihr für mich getan habt, werde ich euch schnell und schmerzlos töten. Oder soll ich euch doch meine Liebe zeigen und euch qualvoll umbringen? Mir ist da eine brillante Idee gekommen. Wie wäre es, wenn ihr menschliche Pfeiler meines von nun an ewigen Königreiches bildet? Ihr werdet acht Pfeiler bilden, die mein Königreich stützen. Jeder wird zu seinem eigenen Pfeiler. Und? Ist das nicht eine fabelhafte Idee? Hört sich doch einer diesen Psychopathen an. Du hast nicht die Zeit, ein ewiges Königreich zu gründen. Diese Stimme, etwa Galant? Gibt es immer noch etwas, das du sagen möchtest, alter Kreis? Als Gefäß für die Seelen warst du unnütz. Glaubst du, ich hätte so einem Genom ewiges Leben geschenkt? Wie bitte? Was, was willst du damit sagen? Es war ausreichend, deine Seele auf den Zeitpunkt abzustimmen, an dem wir, an dem der nächste fähige Genom, Zitane, zur Reife gelangen würde. Dir noch mehr Zeit zu gewähren, wäre gefährlich gewesen. Nun kommen wir endlich auf den Punkt. Deine Lebensdauer, die Lebensdauer deiner Seele, ist nur von begrenzter Zeit. Und deine Zeit ist bald abgelaufen. Auch die Vernichtung meiner wird es nicht verhindern. Und du wirst zu Staub zerfallen, ohne dass die Nachwelt je von dir erfahren wird. Ich wusste doch, dass du ein schlechter Verlierer bist, meine Seele erlischt. Ist es das, was du andeuten willst? Das ist nichts weiter als eine Lüge, um mir meinen Triumph zu verderben, nicht wahr? Aber antworte, galant! Du warst lediglich ein Todesgott auf Zeit. Das ist der wahre Sinn deiner Existenz. Welch Ironie des Schicksals! Jetzt, wo ich endlich die ersehnte, unermessliche Kraft in meinen Händen halte, soll meine Seele erlischen. Sterben? Ich? Ich werde meine Seele verlieren? Meine Seele? Verhöhne mich, Zedane! Ich, der über die Schwarzmagier lachte. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich selbst nur eine Marionette bin? Hahaha, welch ein lustiges Trauerspiel. Ich, der die Seele Gaias zum Kollabieren brachte. Auch nur eine billige Marionette? Kuja. Kuja? Das ist völlig inakzeptabel. Eine Welt, die meine Existenz ignoriert? Eine Welt, in der ich nicht bin? Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Danke ah'von jetztung. Das ist nichts! Oh oh. Oh oh. Oh! Oh oh. Chloe? Oh oh oh. Oh oh oh! Oh oh oh. Da ist wohl einer durchgedreht. Der ist ja völlig durchgedreht, siehst du? Zitane ist der gleiche Meinung. Zitane, lass uns fliehen, bevor er in seinem Bahn auch noch unseren Turm hier trifft. Schon klar, aber wie? Wir müssen auch an die Verwundeten denken. Lass uns dieses Schiff da holen, Kuya nannte es Invincible oder so, ne? Ich glaube, es ist dort notgelandet. Na klar, das hätte ich ja schon völlig vergessen, aber trotzdem... Okay, dann geht ihr schon mal vor und wartet auf mich. Ich werde noch die Genome holen. Sie trifft keine Schuld. Ich habe sie nicht, ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich werde mitgehen. Ligli? Ich möchte nicht schon wieder alleine gelassen werden. Niemand von uns möchte das. Und darum passe ich auf dich auf. Hast du, du Schlingel? Also, ähm, was? Also gut, durch das Teleporttor kommen wir nach Branbalu. Wir werden uns in Branbalu um die Genome kümmern. Ihr holt uns dann mit der Invincible ab. Alles gleich hin und jetzt machen wir Partschluss. So, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Sorry für die extreme Überlänge, aber das ging sich momentan nicht anders aus. So, also wie gesagt, das war's für heute. Vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!